Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können den Fegelein nicht finden. Entschuldigen Sie ihn! Ich will Fegelein ziehen! Zerfakt! Wenn er sich ohne Befehle entfährt hat, ist das Fegelein flucht! Zerfakt! Ringen Sie ihn mit Fegelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Zerfakt! Wenn er sich ohne Befehle entfährt hat, ist das Fegelein flucht! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Zerfakt! Wenn er sich ohne Befehle entfährt hat, ist das Fegelein flucht! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Was soll das heißen? Ich will Fegelein ziehen! Zerfakt! Wenn er sich ohne Befehle entfährt hat, ist das Fegelein flucht! Und dann wird es nicht in der Bunkeranlage. Fegelein! 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 Fegelein!